Ich hab grad nichts. Oh, passt auf. Ich werde gecastet. Oh, oh. Schau, dass du rauskommst, schau, dass du rauskommst. Genau, back, back, back. Irgendwie, wenn ihr könnt, back. Oder auch nicht. Okay. Wieso denn? Dann, ja, dann machen wir's so. Ich klicke einfach alles rechts. 1zzf! Nein, was machst du? What the fuck? Oh mein Gott, wie haben wir das grad geschaffen? Das machen Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du von mir wolltest. Ach so, Heilung. Ah, scusi. Was könnte er von mir wollen? Heilung in Caps. Nein, du Arsch. Verdammte Axt. Entschuldigung. Was könnte er von mir wollen? Ja, streamst du dann jetzt gleichzeitig oder wie machst du das jetzt? Jaja, genau. Ich hab das gemacht. Ah, nice. Hallo, Stream. Hallo, Chat. Hallo, Doppelchat. Hallo, Doppelchat. Bum, bum. Ist ja Doppelwumms hier. Doppelwumms. Ich glaub, den hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Das hat der Scholz mal gesagt. Ach so. Es war irgendwie, als er das Sonderbudget für die Bundeswehr angekündigt hat, hat er von der Zeitenwende und so gelabert und jetzt geht's richtig los und dann kam noch irgendwas, wo sie richtig angepackt hat, die Regierung, wo du wirklich gemerkt hast. Ja, die Heizkosten. Da ist Power drin. Die Heizkosten, glaub. Genau. Und das war dann der Doppelwumms. Ja. Wenn der Scholz für eines steht, dann ist das ja wohl diese Energie und diese, wo du wirklich merkst, der packt jetzt an, der hat Power, der Junge. Ja, so wie seine Reden. Ja, absolut. Das einzige Mal, wo du wirklich Emotionen bei ihm gesehen hast, war, als die Italienerin gemeint hat, ob Deutschland noch ein verlässlicher Partner ist. Ja, da waren wir 60 Milliarden, die fehlen. Da hast du gesehen, der war dann nicht so amused. Ja, da gab's Aggressive Side-Eye, gab's da. Aggressive Side-Eye. Oh Mann. Übrigens, schöne Heilung. Dankeschön. Ich glaub, du hast mir ein-, zweimal richtig schön den Propos gerettet. Gerne, gerne. Ja, da. Das war für ihn, ne? Ja, war ganz gut. Ich war, äh, anruhen, ja. Ja, richtig. Ja, war ganz gut. Ja. Ja, doch, war gut. Danke, danke. Mehr, mehr, mehr Lob gibt's im ersten Spiel nicht, also. Ja. Genau. Das könnt ihr alles zufällig machen. Ja, genau. Zufällig aufs, äh, aufs, äh, rausziehen. Genau. Oh, ich wollt mein Tier gar nicht drücken. Ja, genau. Ah, Mist. So, was haben denn die Gegner? Ja, mhm. Die Gegner. Ah, schisch gebab. Oh, oh. Uh, und ein bisschen Schaden dabei. Uh. Ja, da ist Damage im Haus, aber die sind... Aber bei uns halt auch. Recht, recht verletz-, verletzbar, verwundbar, wollt ich sagen. Dankeschön. Ja, ja. Ich geh nach oben, zum Besorgen. Alter, der nimmt Gutschaden. Der Alpha-Hunter. Oh. Ah. Okay, äh, wir rotieren dann Bot mit, oder was? Mhm. Uh. Check, check, ist alleine. Oh, jetzt nicht mehr. Ich nehm alles zurück. Uh. Aus Versehen gedotscht. Mhm. 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 Oula. Chulchins Dream. Oh. Schade. Like it's hard. Mhm. Ich hab nicht so hohe Erwartungen bei meinem Taffer da, ne? Ich hab immer hohe Erwartungen an dich. Oh, 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 oh. Ja, ihr werdet dann... Jetzt schau, jetzt bin ich wieder out of ice. Du machst mir auch mehr Schaden, ne? Ja, genau. Er greift schneller an und macht mehr Schaden. Dann lass dich schlagen. Ja, genau. Ich hab vorher schon zum Marjellar gesagt, warum heilst du mich so widerlich? Ja, ich hab mich ja noch entschuldigt. Ja, das ist nett, das ist nett von dir. Oh, oh. Zieht den hinter die Wand. Ja. Nice. Okay, wir sollten, äh... Ich hab irgendwas von rotieren gesagt, ne? Ja, okay. Wir... Daniel, wir... Ach, wir stehen keine Ahnung. Ach so. Oh, warte mal. Warte mal. Dankeschön für das Feedback. Dani ist dauerleise bei mir. Dauerleise, ja. Jetzt hast du... Jetzt hast du überdreht beim runterdrehen. Uh, ich wurde gegankt. Ich hab aber überlebt. Nice. Alles immer ein bisschen leiser und nicht lauter. Sorry, ich war kurz... Hm. Hm. Alles gut. Ich muss nur noch bergum. Oh, 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 oh. Jetzt hab ich Probleme. Oh, oh. Da kommt die Heilung. Nein, ich bin nach oben. Dann kam der Hook. Ah, kam die Rettung von oben. Und jetzt sterben. Ja, doch. Das, äh, Sterben ist ja auch nur, äh, Hearthstone mit, äh, Cooldown. Mhm. Stimmt. Nur anders. Ja. Oder? Ist doch so. Das sind wieder die Weisheiten heute, ne, Marjilla? Wie mit dem Netz vorher. Ja, ja. Ja. Irgendwas passiert hoch, Achtung. Das mit dem Netz, äh, war... Also da war ich... Da war ich geflasht. Okay. Heilig Barney, grüß dich. Mit dem Netz von Full Soul Gin, oder? Nee. Nee. Er meinte vorher... Er meinte vorher, wenn du in ein Netz ein Loch reinmachst, dann hat's weniger Löcher. Ja, true. Da hab ich mir gedacht. Wow. Also... Ja, true. Ja, das war mindblowing. Da... Ist was dran, ja. Ja. Ja, absolut. Jetzt so... Oh, oh, oh. Wieso ist meine Eins nicht rausgegangen? Was soll das? Oh. Ich weiß auch nicht. Warum geht die nicht raus? Ich glaub ich hab, äh... Internetprobleme, oder so. Ah, hast wieder Disconnects, dann kriegst du die nächste... Oh, du brauchst Hilfe? Ja. Oi, oi, oi! Oh, nein! Ja, da war der Hook. Aber ich hab schon ganz gute... Ganz gute Stacks. Das passt schon. Das ist schön. Das passt schon. Ähm... Oh, oh. Ich lauf ein bisschen dumm hier. Ahhhh... Nicht hocken, ne? Komm dir gegen. Ja, top. Ja, da kommt der Ragnarisch. Mit seinen Meatballs. So, jetzt er. Let's go. Oh. Neiiiiiin. Ich war nur. Ich war nur zu spät. Ich geh lieber außen rum. Es geht mir gut aus. Was willst du? Raus gehen? Aus dem Spiel? Nee, außen rum. Ach, außen rum. Das ist schon so schlimm. er hat kein mann mehr da an du ihn sollte sterben ich bin ein bisschen Angst Aber nur Bissi, da weg mit der. Da ist die Schena. Ich sollte eigentlich auch gehen. Die Schena? Die Schena. She was mit der Schena. Ja. Aber. Oh. 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 Ich hab den Root gefangen. Die Wall war nice. 0,4 Sekunden. Das ist nicht viel. Ja, nicht wenig. Ja, gar nicht mal so viel. Okay. Anup hat's verhindert. Oberst. Ich kann noch mal. Kommst du zu mir? Links, links, links. Jetzt ist aber wild. Jetzt bin ich umgelaufen. Aber Shade kommt raus. Tassata ist hinten mittendrin. Wird nur dabei. Ich muss raus. Oh, zack, zack, zack. Nicht so schön. Shade. Na ja, dann. Nick geht lieber aus dem Spiel, so gewinnt er schneller. Ja. Das mit dem Netz ist wie mit dem Käse. Käse hat Löcher. Mehr Löcher, weniger Käse. Aber mehr Käse, mehr Löcher. Hmm. Ja, gut. Mehr Käse, weniger Käse. Hmm. Aber dann ist der Käse ja eigentlich genau das Gegenteil vom Netz. Wenn man so sieht. Ja, mehr Löcher im Netz. Weniger Löcher im Netz. Hmm. Ja. Mehr Löcher im Käse. Ja, gut. Dann ist es weniger. Ja, mehr Löcher im Käse. Genau. Weniger Käse. Ich glaube, jetzt, das war jetzt Käse, glaube ich. Na, na, das hat schon gestimmt. Das hat schon gestimmt, oder? Wir sollten 10 werden. Ja, true. Hi, Wartos, Lukas, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ah Gott. Zack, bumm. Ich liebe uns einfach echt so sehr. Was, liebe ich so? Ich mag die Geräusche auf der Map so gerne. Ja. Die Wand vom Tassadar war gerade so knapp. Ja, true. Hopp. Zack, zack, zack. Oben, wie schaut es da aus? Oben. Ja, auch noch ne. Die Wave ist auch noch. Ja, ich bleib mal. Bisschen heilen. Hm. Sag mal, in der Mitte. Hä, was war das für ne Wall? Das war, das war ne Richtung, da lang. Genau, das war ne Führungswall. Ja. Okay, wenn die alle unten sind, können wir oben einen Boss machen. Boss machen? Okay, ja. Die sind alle unten. Trug machen. Trug machen, aber unser Tank ist weg. Möchte jemanden rollen? Ich bin am Campen rollen. Ich bin am Campen rollen. Ah, 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 ah. Was willst du nach vorne setzen? Shade kommt. Die Wall kann ich nicht nach vorne setzen, weil ich von uns im Damen. Ach so, ah, okay, okay. Yes. Weißt du, ja, ich sehe hier. Job. Da kommt was? Ja. Oh, da machen wir die Tür zu. Nice. Nice, good job. Sehr schön gemacht, ja. Oh, die haben die Boss gemacht. Oh, eine Rache. Ja, ich glaub die. Ach, McKees ist immer besser. Ja, tschu. Ich darf unten. Reicht das alleine? Ja, tschu. Ja, tschu. Ja, tschu. Weiß ich nicht. Ich hab Trade-Ready. Also... Könnte reichen. Ihr könntet halt, weil die sind auch nicht mit dabei. Es ist nur der Boss. Oh. Äh. Er redet doch mit mir. Ihr müsst aber aufpassen, die werden gleich kommen zu euch, gell? Ja, ja, ja. Naja, die Kassi wurde schon, ähm, vernichtet. Vergenusswurzelt. Vergenussbrutzelt? Der Brutzler. Der Brutzler. Der Brutzler. Der Brutzler. Der Brutzler. Was ne Wurst. Ja. Was ne Wurst. Ja, genau. 200% auf den Grill. 300% auf den Grill. Oh, oh, oh. Grill. Schöne, ja. Äh, schöne. Schöner. Für mehr hat's nicht gereicht grade. Mhm. Aber auf jeden Fall schön. Also unten ist gewerft. Mhm. Imperius ist fast weg. Der Imperius ist fast weg. Ah. Ich krieg ne Welle von mir in die Mitte. Geschickt. Nice. Dankeschön. Ah. Schmeiß die hin. Speer. Aua. Oh, jawoll. Oh, kann der weg von mir bitte? Ja, die Damage-Dealer sind unten links ein bisschen weg. Auf die Heilung. Jawoll, nice. Oh, oh. Ja, schön. Oh, Achtung, Achtung. Ich krieg meinen hier. Oh, nice. 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 Oh, nein. Einfach das Team mit einem besseren Heiler gewinnt dann solche Match-Ups. Und die Walls müssen wir mal ein bisschen... Die sind on point, die Walls. Mhm. Genau. Die sind genau da, wo sie hin sollen. En point, wie die Franzosen sagen. Warte, wer? Äh, ich darf unten. Okay, nice. Wir machen mit da einfach, oder? Mhm. Oh, warte. Ja, hab's grad gesehen. Oh, schade. Kastia könnte eigentlich schnell sterben, oder? Ja. Putt-Bude? Ja. Die Putt-Bude. Ich glaub, so heißt das nicht. Kastia ist relativ tanky für ein Damage-Dealer. Jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt ist er relativ, jetzt ist er relativ tot. Das ist schön. Ja, das ist sehr gut. Das ist relativ schön. Obacht, obacht. Ohhhh. 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 Ähm, heilig. Nein. Ohhhh. Schaden. Da, Schaden, schau. Kommt dann immer weg. Hehehehe. Wie sie. Schön, schön, schön. Ohhhh. So haben wir die Wave oben, die ist mega fett. Wenn ich nicht immer herdrücke, aber ganz genau. Oh, die haben wieder eingenommen hier, stimmt. Da war ja was. So, ich bin dabei. Anup ist da. Nice, nice, nice. Ohhhh. 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 Wir waren zu viert, das wisst ihr, oder? Langt. Langt, jawoll. Ohhhh. Er hat Bescheid gesagt. Bescheid. Ja, mal drei Meter rein. Die Heilung ist gerade nicht da. Der Patt-Bube hat jetzt ein Problem. Mhhh. Mhhh. Die da die man... Ohhhh. Ohhhh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Unsere Heilung ist OOO. Out of ice. Ja. Out of ice. Out of ice. Out of order. Tyrande ist OOO. Ich darf mal unten. Oh, da kannst du eine Lavave schicken? Ja. Nice. Okay, Anup ist drin. Ich bin noch nicht da. Nice. Nice. Welle? Welle. Ohhhh. 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 Was hast du wohl? Ohhhh. Bleib da. Ohhhh. 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 Nice. Entschuldigung bitte. Nein. Ohhhh. 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 Ich bin gerade ein bisschen am Ende. Ohhhh. Jetzt schon. Also ich muss einfach nur ganz kurz verschnaufen. Das scan. Ja. Out of statt Out of mana. Out of ice. Oh oh jetzt sterbe ich. Ohhhh. Ohhhh. Oh was ist passiert? Nix. Nix ist passiert. Alles gut. Ich geh nur back. Ohhhh. Ganz ganz aufgeregt. Ohhhh. Da kommt die Cassia. Ich hab sie getroffen. Oh mein Gott. Kurz hi gesagt und dann war ich raus. Das ist alles geplant. Oh mein Gott. Das hat Leben am Limit. Nick ist passiert. Das ist Leben am Limit. Manchmal passiert einfach Nick. Ja. Das ist ganz so neuer. Jetzt weiß er dir dein Leben am Limit. Wir haben deine schlimmsten Hotz Momente gezeigt. Ja. Damit sich die anderen Hotz Spieler besser fühlen. Ja. True. Nice. Oh die Eule. Dankeschön. Dankeschön. Mah. Shit. Mwamu. 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 Passend zu meinem Skin. Ja. Genau. Den, den, die, die Chenna. Die Chenna. Ach echt? Sollen wir da drauf gehen? Ja doch. Ich war mir nicht ganz sicher. Die ist ganz Chenna. Hätte ich schon, wäre ich schon dafür. Ganz Chenna. Die Chenna. Und die Cassia. Oh. Ich bin full. Full beim Bull. GG. Nice. Ah. GG. Hab dir so Spielen gemacht. Ey. Wahnsinn. Ach noch einmal aufs Gebäude drauf? Ja. Das ist einfach schön. Das macht Spaß. Wenn man es schon kann, muss man es auch benutzen, ne? Im. Ich fand meine, das ist aber geil so scheiße. Und ist auch ein cooler Windscreen, wenn dann noch so ein Raidbus Ragnaros rechts an der Ecke steht. Das stimmt. Das sieht sehr gut aus. GG. Nice Shades. Nestermann. Ja, wirklich. Also, ich finde generell so dieses Wissen darum, wann man raus muss und es dann auch noch zu schaffen, ne? Okay. Das ist ein Pockerstatter. Bitte nicht Holger. Ja. Lass die Finger von ihm. Ja. Ach, das kenne ich. Ich habe auch ganz unten, Suljin, dachte mir, nein. Aber auch nur ein... Es war kein Bugfix, aber eine kleine Veränderung. Ja. Ja. Ja, gut. Mehr lief. Könnte ich jetzt nochmal anspielen. Mit dürfen. Hat er jetzt nicht sogar einen Buff gekriegt? Weiß ich nicht. Der Medaille? Ihr doch. Da war was. Irgendwas wurde erhöht. Steht da viel Fleisch auf der Gegnerseite. Ja, ja. Körper zeigen. Die zeigen Körper. Machelan, ne? Das ist die neue Taktik in Hotz. Körper zeigen. Richtig. Körper zeigen. Hab ich gesagt, oder was? Ne, das kennt er noch nicht. Das kennt er noch nicht. Das ist... Ah, ich bin keine Tyrande mehr. Na ja. Dann die Gruppe einfach immer voll? Na immer nicht, aber... Gut, da ich mit Timo... Geschrieben und gesprochen, wollte ich gerade sagen. Das ging nicht beides gleichzeitig. Ja. Ich dachte, Multitask gegen Flauen und so, das ist doch... Ja. Zwei weiter gleichzeitig, das funktioniert nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau. Und nehmen wir schon zu zweit. Und dann ist natürlich nicht mehr so viel Platz da. Mhm. Auwa. Nein! Habe ich nicht gerade ins Feuer gezogen? Es tut mir leid. Ja. Ich dachte, du gehst von da aus vielleicht weiter. Ähm. Ihr müsst aufpassen, ihr habt keine Tyrande dabei. Auwa. Au, au, au. Au, au, au. Der, äh, Malf spielt, äh, Brokkoli. Oh, Brokkoli. Brokkoli stark. Brokkoli ist lecker. Mhm. Am besten mit Käse überbacken. Mhm. Brokkoli mit Huhn und Reis. Mhm. Beste. Okay. Ich leb das wie. Der, der, der Asmodan. Oh, fuck. Bei Multitasking meinst du? Oh. Kommt ihr raus, kommt ihr raus. Können wir gehen? Ja, ich geh dann mal. Sehr gut. Sultan. Johnny, dankeschön. Hi. Schön, dass du reinschaust. Andy, du musst mal einen Brokkoli-Salat machen, was ich dir geschickt hab. Ja, stimmt. Aber du hast mir noch kein Rezept geschickt, oder? Ey. Du schickst mir immer rein. Bilder von dem Essen, das du gemacht hast. Und ich krieg nichts davon. Das ist voll gemein. Alles, alles in Deutschland ungekocht und zusammengeschnitten ist ein Salat. Äh, genau. Aua. Aua. Aaaa. Mach mal. So viel Hass. So viel Hass. So viel Schwerter. Uh, uh, uh. Ach ja, das ist schon irgendwie so ein Abklatschen auf ähnlichem Niveau. Wollen wir Campen machen? Ah, okay. Ja. Ich geh mal runter. Dabei. Leorik, glaub ich, geht in Mitte. Also kommt runter. Nick, mach mal Bot, bitte. Ah, Nick. Äh. Lass mich nicht allein, bitte. Äh? Mhm. Warten jetzt. Mach alles gut. Ich hab nur gelesen, was Farren falsch schreibt. Das war keine Aussage von mir. Ach, du dachtest, ich sag jetzt beides. Das wär ja weird. Was? Was? Wirst du nicht sagen? Niki, runter. Näh, bleib bei mir. Was? Ich kann auch nicht. Ach, das hast du grad gedacht. Ja. Oh. Ich hab übrigens nicht so viel Mana, ähm. Das ist nicht der beste Zeit. Oh, 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 oh. Nicht der beste Zeit. Der hat auch schon The Taunt. The Taunt? The Taunt. Ragnarresh ist jetzt auch am Start. Ja, ich bin ziemlich low. Oh. Wir können, wir können schon ein bisschen. Ach, den kann ich gar nicht. Ich, 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 ich lenk sie ein bisschen ab. Die, wenn die mich wollen, dann könnt ihr vielleicht. Genau, zeig mal ein bisschen Haut. Oh. Ich zeig meinen heißen Body. So, der ist wirklich heiß, ja? Der ist wirklich heiß, ja? Aua. Ah, der Ragnarresh ist, der ist hot. Die ignorieren mich voll. Die wollen, die wollen, die wollen. Ach, schade. Deinen Körper wollen die gar nicht. Nee. Wir können gehen. Ja, du bist einfach zu heiß für die hier. Ja, ich glaube auch. Drop it like it's hot. Danke. Gerne. Also Deathwing und Lyric. Ah, Lyric ist hier oben, okay? Da wollte ich nicht rein, da wollte ich nicht rein. Nein, 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 nein. Das war nur die Fußspitze. Dirtywing hat Bock, wenn ihr den holen wollt. Dirtywing? Aha. Ah, schade. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich bin auch lau, ich glaube ich bin ein leckeres Ziel. Mhm. So. Also ich würde immer noch gerne nach Hause gehen und mal nachholen. Wenn du so schnell schreiben kannst, wie du sprichst, dann könnte das Multitasking klappen. Pogart, ich halte mich zurück, übrigens. Ich miete normalerweise noch schneller. Ich versuche für den Stream ganz oft. Oh, muss jemand oben vielleicht laien? Mhm. Dann gehe ich dabei hoch. Dankeschön. Äh, ich kann auch wieder hochgehen, ich musste nur den Deathwing mit erdeffen. Mhm. Bist ins Heiselnei. Jo. Heiselnei? Geh her, Lyric. Jawohl, gib mir Stecks. Ja, dann halte ich mich schenken. Gib mir Stecks, jawohl. Mhm. Ich weiß nicht genau, die sind oben schon dran. Wir contesten gar nicht, oder? Mhm. Ich kann jetzt hin. Ich wäre halt erst später da. Ich würde sagen, okay, dann gehen wir hin. Genau. Weil ansonsten, ansonsten hätte ich mir das Camp geholt. Nee, nee, dann lassen. Und bleib. Äh, das schicken wir nicht mehr. Ja. Ja, ja, ja. Fehlen zu viele Leute. Da wäre das nix. Geht der echt? Ja, Kombination. Mhm. Sehr gut. Hätte er glaub ich gar nicht bieten müssen. A1 Feet. Das ist mein Name. Oh, 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 oh. Ich werde gleich getroffen. Nein. Sobald wir alle 10 sind, haben sie ihren Varian-Taunt-Vorteil erst mal verloren. Also das frühere Ulti. Aua, 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 aua. 10 dauert noch. Ich habe leider noch keinen Slow dabei. Äh, keinen Slow, keine Züchtigung. Mhm. 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 Wieder alles falsch verstanden. Genau, genau. Es gab nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Mhm. Ähm, können wir diesmal contesten vielleicht? Die sind halt gleich 10. Das ist echt risky. Höchstens, wir kriegen schnell einen Kill. Ich würde es ihnen geben. Höchstens, wir kriegen schnell einen Kill. Höchstens, wir kriegen schnell einen Kill. Aber dann kriegen wir ja schon die Pflanzen. Ja, ja, die Pflanzen, aber wenn wir nicht 10 sind. Ja, okay. Jetzt sind sie 10. Zu viert gegen Ulti würde ich auch nicht kämpfen wollen. Wir könnten höchstens noch stallen. Hächstens? Ja. Hä, hä, hä hä. Bis, bis, bis. Geht weg, bitte. Geht weg, bitte. Ah. Oh, trot, 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 trot. Ich geh dann mal. Ich geh auf Reisen. Oh Gott. Sorry, ich hätt's callen müssen, dass ich nicht dabei bin. Aber, ähm, den Kampf hätten wir safe verloren. Ja, ich versteh halt auch nicht, warum wir dann überhaupt reingehen. Ja, weil ich's nicht gecallt hab, dass ich nicht dabei bin. Das war mein Fehler. Ja, aber also, äh, fernfalls sieht sowas, würde ich behaupten, ne? Das ist eine ganz gute Map erwähnt, deswegen wundere ich mich. So, jetzt. Einer Todesschwinger hat das fies gemacht, ey. Ja. Schade. Uh. Was? Äh, hier oben konnte ich dürfen. Äh, hier oben konnte ich dürfen. Was? Deathwing. Das ist, das ist jetzt unser Feuer, ja? Da hat der für drin Stäble. Das ist my fire, ja. Okay. My fire? Come on, baby, let my fire. Oh, fuck. Der ist fast tot, der ist fast tot. Ich brauch ne Eule, ich kann nicht mehr. Oh, merci. Shade ist der Beste. Hat er den Popo gerettet? Ich will. Aber hallo, Tri. Ich will immer. Aha. Popos retten? Wieso haben wir den nicht getötet? Oh. Den wen? Den Asmodanen. Da, 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 da. Ja, 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 ja. Hab Bock, hab Bock, hab Bock, hab Bock, hab Bock. Nicht viel Leben, aber keiner will mit. Zack, zack. Oh, ich lebe. Oh, 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 mach mal da die. Ich hab kurz überlegt, glaube ich das überhaupt benutze. Ja. Ich glaub, ich hab sogar nach oben geschafft. Oder, oder, ob du die verdiente Strafe. Das war eben die Anduin-Lichtwogen-Eule. Oh. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen meine Rapportation anpassen und mich, ähm, an Ferrenfall orientieren. Entschuldige, Ferrenfall, wenn du das hier hörst. Ich werde jetzt wieder nur an deinem Popo kleben. Okay. Natürlich mit Abstand. Mit gebührendem Heilerabstand. Eineinhalb Meter. Bist du rennen? Ich glaub, das glaubt er mir eh nicht. Ja. Erkennt mich so gut. Halber Moni. Das hat er beim letzten Mal gesagt. Oh, nice, 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 nice. Will. Oh, da ist da ein Ding. Eifoliert. 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 Mhm. Mit der Foliermaschine. Mhm. Ach, dieser Lehrer immer, ne? Mhm. Ich hab meinen Papa getötet. Mhm. Oh. Ah. Aua. Du machst mir Schaden, oder ist doch okay? Ähm, ich sammle mal den Samen ein. Du warte ich mal um den Samen. Das mach ich. Oh, die killen mich? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Aber fast. Ja, die anderen... Nick, du willst noch da bleiben, oder was? Ich... Ja, nee. Ich hab' dir noch ein bisschen. Moin, moin Raditz. Hey, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mach mal hart. Bin ich dabei? Ja. Ich bleib mal bei dir ein heilig ein bisschen. Jo, danke dir. Ah, Leo, die kunst die Beute. Ja, aber... Meinst du, wir können da... Ich zeig mal Körper, warte mal. Genau. Das macht ihm bestimmt Angst. Guck, er ist schon weggelogen. Bevor ich überhaupt da war. Oh nein, ein Anduin. Oh, oh, oben, oben, oben. Juuu. Oh, oh. Da kommt auch der andere noch. Todesfwing. Ja, das können wir nicht halten. Ach, Quatsch, du bist doch drauf, oder? Ja, ja, aber ich hab' ja auch Leben auf dem Ding. Achso. Ah, ah! Warum tut mir alles weh, was hier ist? Warum will mich alles töten? Deathwing, Deathwing. Du bist grad ein bisschen alleine, ich bin oben mit rauf. Der Brokulier... Nice! Na, wieso... Geht's nicht raus? Hehehehe. Ach, nice. Sauber. Ach, nett zu sein, das bisschen. Hallo, wer ist dich? Gut, schön Feierabends drehen, klotzen und bald pennen. Das klingt doch cool. Jetzt erst Feierabend? Oh man. Den drücken wir jetzt sauber die Bude ein. Mhm. Das halt, ja. Sauer aufgerammt. Mhm. Nice. Vorher weg. Was für Ansage habt ihr so? Erzählt mal. Äh, den Butcher. Beste. Oder... Der Beste ist der mexikanische Ansage. Ja. La Maxima Figura. Hier ist Asmodan hier. Äh, wo bist du? Wir haben Probleme ein bisschen hinten. Nice! Hallo, hallo? Schade. Ja, okay. Wo seid ihr? Ja, wir haben Asmodan gechased. War auch erfolgreich, aber... Mhm, gut. Nein, 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 nein. Dafür waren wir allein und... Wir müssen doch wieder gucken. Wir müssen doch wieder gucken. Beobacht, das Sultan kommt. Reitwing-Bechter-Ansager. Das ist Sultan. Ja, oder Murky. Der ist auch sehr ausdrucksstark. Abatour ist auch ein geiler Ansager. Logisch. Ja, warte mal. Ach so, der redet? Ich wusste gar nicht. Logische Entscheidung. Stimmt. Doch, doch, doch. Sequenz. Irgendwas. Ja, irgendwas mit Sequenz. Irgendwas mit Sequenz. Sequenz. Sequenz eingeleitet. Einmal gebratenen Anduin, bitte. Deine Bestellung wird gerade bearbeitet. Sequenz sequenzt. Ah, der Todesschwinge geht mir so auf die Nerven. Gleich nimmer, weil jetzt leidet er. Ich komm zu dir. Jetzt leidet er. Hehehe, schau mal wie der gelitten hat. Wir hatten verschiedene Konten. Okay, passt alles. Ja, alles gut. Level 16, jetzt leidet der Todesschwinge an mir. Irgendwo auch ein bisschen. Ich leide Todesschwinge an mir. Wir sind einer mehr. Ich würde die Gelegenheit nutzen, das Camp hier noch schnell machen. und dann oben die pushen. Mhm, mhm, mhm. I like. Ich würde gerne unten ein bisschen pushen. Ja, I like too. Asmodan ist Mitte. Also der ist auch nicht global. Die kommen wahrscheinlich gleich her. Da kommen sie, ja? Die kommen jetzt von oben. Ja, wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Immer das Todessalent gegen Todesschwinge. Bei jedem Helden. Außer bei mir. Ja. Leorik. Alleine, ja. Das hätte mir eigentlich auch gefallen, aber. Aber, ne. Aber, ne. Aber, ne. Asmodan, Asmodan. Ja, ich kann jetzt kommen. Ich habe die pushen. Asmodan, Asmodan! 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 Ne, warte. Der war nicht. Dann, 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 dann push ich oben weiter. Ja, nice, nice. Wir haben da... Heroisch das alleine macht. Hocker springt, nein. Du nimmst ein und ich versuche zu heilen. Oh, aber ich habe Angst. Ich brauchst dir eine Art Camp. Okay, mach's dich. Uh! Aua! 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 Das tut alles so weh. Papa, was soll's? Ja. Warum tust du mir weh? Dummsau. So. Nein! Ich hab's probiert. Verrennfall, ich hab's probiert. Hm. Herr Ragnarisch macht hier Split Push. Ja, wie sieht unsere Mitte aus? Richtig. Die Mitte ist so dezent. Da müssen wir irgendeine Sequenz initiieren jetzt. Du meinst Sequenz? Was? Irgendwas. 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 Die Zielflüge waren schon da. Ja, ja, ja. Das ging ganz schneller als ich gedacht hätte. Können wir das hier kaputt machen? Yes. Dann kann er kommen. Ja, doch. Die Kopf. Devil, hi. Grüß dich. Schön, dass du rein schaust. Zack, bumm. Ah, ja. Ihr seid relativ sicher. Ich bin Mitte und kann das callen, wenn die kommen. Aber bis jetzt... Ja, Asmolan ist Mitte. Ah, 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 ah. Oh, die könnten auch recht wiederholen. Schade. Oh, schade. Ah, Sequenz initiiert. Also, Asmolan ist Mitte, Leonik ist oben. Ihr seid noch in der Überzahl. Uh, pass auf, pass auf. Nee. Jetzt sind wir 3 gegen 3. Fairer Faustkampf. Wir kicken eine Welle. Oh, 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 oh. Willst du hin? Geh dran, geh dran. Ja, ja. Töte es, töte es. Ja, ich probier's, ich probier's. Hot, 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 hot. Ich kümmere mich wieder um die Sahnen. Ich bin nicht dabei. Ach, wegen meinem Verzweiflungsgedöns ging das andere nicht raus. Oh nein. Oh nein, wie gemeint. Aber die werden jetzt auch dran zugrunde gehen. Oh. Jawoll, schau, schau. Hoganik. Hoganik ist der neue Name. Hoganik. 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 Jawoll, auf den Malf. Den Baumkuschler. Oh, wie gemeint. Meine Eins lief gerade noch. Deswegen konnte ich meinen D nicht benutzen und ich nicht rausziehen. Ich war gerade sehr, sehr untröstlich. Alles gut. Oh. Ich hab mir auch mein R wieder aufgehoben fürs nächste Spiel. Achso, sehr gut. Ja, ja. Dann starte ich dann aber auch bei Level 1 mit Tastingo. Oh, fuck. Was machen? Leodik hat so weird Level 20 genommen. Oh, schade. So close. Damit hab ich nicht gerechnet. Das weirde Level 20. Was ist das denn? Ja, dass er diese Saugwolke um sich hat. Die übergreifende Verzweiflung. Ja, oder so. Ja. Weil normalerweise nimmst du die Silence Garage und nicht diese komische Wolke. Ja, die Silence. Dann hab ich jetzt nur gerechnet. Hä, bin ich gerade durchgelaufen? Das wollte ich nicht. So, ich hab noch, ich hab nicht mehr lang in Überzahlung und ich bin noch nicht da. Leodik ist top, okay. Okay, okay, wir kommen raus. Gut. Du kommst ja wieder her, oder? Ich bin on my way, ja. Ach, machen wir Cramp? Machen wir's Cramp. Machen wir's Cramp, genau. Wenn wir schon da sind, können wir Crampen, oder? Ja, genau. So, top. Ich geh zum oberen Cramp von uns. Na, bist jetzt nur easy bereit, oder? Nur easy Cramp, ne? Nur easy Cramp. Okay. Sequenz, gecrampt. Mhm. Wie geht's dir, Vash? Oh, was ist das hier? Darf ich da jetzt reingehen, oder nicht? Na dann, lieber net neigehen. Ah, okay, okay. Das macht Schaden über Zeit und reduziert den Amor. Ah. Amor. Amor. Amor mio. Ja, genau. Oh, da kommt der, der Todesschwinge, genau. Den haben wir zusammen. Ah, nein! Oh, ich wollte dich damit retten, aber er kam raus. Ich hab grad cool doch noch alles noch. Aua. Ein Towershots, wir sollen jetzt zu weit reingehen. Niklas? Ja, ja. Das zielt auch für dich. Okay, wir haben jetzt nur gebraucht, Hocker ist drin. Okay. Und nimmt den Varian mit? Ja, wie geil war das denn? Es gibt immer so coole Sachen. Oh nein, ich hab nichts, ich hab nichts. Oh, ich bin drin in der Garage. Ja, ich seh's. Merci. Uhuh. Er hätte, hätte er nicht sein, dass die Garage gehabt wär's der erste Tod gewesen, aber er hätte seine komische Saugwolke. Ich hab ein Leoric noch mitgekriegt, wow, da wird sie gebrutzelt. Da gibt's hier die Liebe, das miese Ding. Meine nicht. Ich hab keine Liebe für alle. Ich hab einfach zu wenig von diesem Feierabend. Heißt, du nutzt ihn nicht gewinnbringend? Oder du bräuchtest mehr Feierabend in deinem Leben? Beides. Dann ist mehr Feierabend, ja. Ich glaub, das brauchen viele, oder? Was, wir brauchen Fieber? Ich glaub, das brauchen viele mit mehr Feierabend. Ich glaub, da kann man nicht genug haben. Fieber. Fieber. Ja, ich hatte auch das Lied im Kopf. Fieber. Ich weiß wohl nicht, wie's weitergeht, aber... Achso, nee, ich hatte ein anderes Lied im Kopf. Achso, hatte ich... Aber ich hatte auch noch Fieber. Du, 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 du. Achso, nee, das, was ich gesungen hab, war von Wendler. Das hatte Hanno immer im Ark Let's Play gesungen. Achso. Alter, passt mal auf. Der Rest ist noch nicht da. Ja, ähm, noch fünf Sekunden warten. Wir müssen hier wieder. Fünf Sekunden langsam. Ausharren. Ja, der Dinge. Take it slowly. Oh, okay. Alter, nee. Wenn ihr da drin steht, in nem Scheiß von... von dem Scheiß. Dann ist der Scheiß von dem Scheiß. Dann ist der Scheiß von dem Scheiß. Der Scheiß von dem Scheiß. Das ist mein einziger Scham. Oh, warte, warte. Meine Amore wird verringert. Ja, absolut. Aua. Aua, da, 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 da. Was macht jetzt der, der zuzelt an mir? Aua! Weißt du was, Frühstuhl oder was? Ja, ja, schon. Ah! Mama! Mir. Jawoll. Schön. Was, der Wendler? Kann ihn jemand mal bannen? Das war bevor er einen Aluhut auf hatte. Nicht, oder? Äh. Oh, Nick. Geh mal nach Hause. Können wir das noch treffen? Ne. Doch, ich kann schon. Eine Chance. Der ist tot. Guck mal. Der eine tot. Au! Schade. Schade. Ganz schön Kredi. Oh, passt auf euch auf. Oh, ja. Auf die Nova ist aber eigentlich... Ja, 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 ja. Der muss sterben. Der muss sterben. Der muss sterben. Oh, oh. Wir müssen, wir müssen im Rennfall helfen. Oh mein Gott, das ist... Helmsklamm darf nicht fallen. Oh, Gott. Wirf mich. Wof. Genau. Sag's nicht. Sag's nicht dem Elf. Ja, genau. Komm, wir machen noch mehr. Nice. Hinten auf den... Highlighter. Boah. Was macht denn so Schaden? Was macht denn so Schaden? Wahrscheinlich die übergreifende Verzweiflung. Ah! Die haben wir aber auch. Die Sackwolke von Leo, die macht viel Schaden. Die Sackwolke. Die Heidino. Da möchte ich nicht drüber reden. Schade. Bitte haltet euch die Nase zu. Die Sackwolke. Ja, die ist unangenehm, wenn man da drin steht. Ja, das ist tatsächlich nicht jedermanns. Nee. Die vom letzten Game. Ich hätte einfach gern mehr Freizeit um all diese. Ja, das verstehe ich. Ist denn da irgendwie was machbar? Ach, um all diese Qualitäts-Streams zu genießen. Von wem denn? Oh, dankeschön. Ich hatte schon zwei Upwards, bevor ich überhaupt da war. Nee. Hm. Ja, der Film ist halt auch, also es sind ja drei Filme. Und das Buch ist, keine Ahnung wie dick, aber auf jeden Fall nicht so besonders dick. Und es sind drei Filme. Und Herr der Ringe ist halt ultra viel an Buchmaterial. Und sind auch drei Filme. Und dementsprechend in Herr der Ringe wurden zum Beispiel der komplette Ark, in Anführungsstichen, wo Saruman dann noch das Elbenland vergiftet, äh, das Auenland vergiftet und so weiter. War ja alles weggelassen, weil, wie willst du das unterbringen? Ähm, und im Hobbit hast du halt gefühlt zwei Seiten Buch auf drei Filme gesteckt. Also es hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen wenig, äh, wenig Inhalt für drei Filme war. War ein geiler Film, oder waren drei geile Filme, aber war schon, war schon ein bisschen anstrengend. So viel oder so wenig Content auch so viel, ähm, Filmzeit. Der Erworte haben mein Lieblingsgeladet. Die Filme sind drei und das Buch ist halt nur eins. Und auch nicht so dick wie die Herr der Ringe Bücher. Aber warte mal, warte mal. Auf jeden Fall. Ähm, der Typ mit dem Gummistiefel nicht? Da gab's doch, gab's nicht im Buch irgendwie einen, einen Typen im Wald mit Gummistiefel irgendwie so Bumble, Bumble-Typ? Irgendwas? Es gibt auch Tom Bobadil oder so heißt der glaube ich Ja genau, meintest du den, Farenfall? Den habe ich auch vermisst Hat der nicht auch ein eigenes Buch? Das weiß ich eigentlich gar nicht Oh, ich bin Tyranno, ich muss heilen Hups, das war der falsche Nick, das tut mir leid, das war der falsche Nick Bumble deal, genau Die Weißsträhne hängt Jogal am Arsch Die sind wahrscheinlich in einem Team Die sind wahrscheinlich im Team Wenn sie am Arsch hängt Oh Nick Ohne Abstand Und oben die Zagara, ist halt bitter Aber der Tychus ist gegen Jogal Normalerweise rotatest du oben, Mitte Bei der Map, oder? Wir können auch Mitte, unten Ja, aber unten sind drei Helden Ja eben Die verteilen sich ja auch anders Wenn wir dann anders verteilen, glaube ich Also die passen sich ja wahrscheinlich uns an Vielleicht? Ich will das oben, ich weiß nicht Wie wir das machen wollen, aber Wir sollten auf jeden Fall Ein gemeinsames Ziel finden Ja, das wäre gut Ich saug da jetzt einfach ein bisschen Ja, die unten drücken uns halt die Bude ein Ja, ihr müsst unten schon leffen Ich kann auch Mitte, äh, Mitte oben rotaten einfach Weil gegen Zagada kann ich eh nicht so gut Weil erstmal Whiteman oder Raynor Das ist schon geil Dauert so lang Außer mit Level 16 Dida? Ja, Dida Dida, oder Dida Hey, hey bitte Dida, 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 Dida Oder Dida Freitags ist sie nie da So weit kann ich den Text nicht Aber jetzt weißt du, dass sie freitags nie da ist Ja Die ist freitags nie da Leute, die wollten das Camp unten klauen Oh, die haben es schon gemacht Solche fiesen Gemeinen Gemeinen Ja, ähm Machelard In meinem Stream Kleine Beleidigungen sind erlaubt Haben wir festgestellt letztes Mal Aber nur kleine Genau Also du Du dumme Nuss Nüsschen, Nüsschen Du hohle Birne Blöde Arme Du Du Ah Ja, genau Nicht wundern Ich hab grad auf irgendwen mein 1 drauf gehabt Deswegen hab ich geheilt Also, äh Attacked Haben die Zacker da, wer oben Wenn du Bock hast Da hab ich voll Bock Oh, die hat mich gesehen Sorry Hast du zu viel Körper gezeigt Ja Wolltest du dich eigentlich verstecken, oder was? Pikachu? Ja, ich war Ich hatte Meine Schultern sind einfach zu breit Für den Smoke Ich schau da immer raus Ja, vor allem dein einer Arm, ne? Das ist einfach zu Ja, ja Das Oh, 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 oh Schon geil an mir, aber der Kriegt grad auch ein bisschen Schaden Leute, Leute, nein Nein So greedy Weil du nicht viel Leben hast Ja, aber ich soll grad noch Beuleanarm Na ja Ja, uns fehlt halt grad der Schaden Mette, drücken sie uns die Bude ein Ja Die Wildman Kriegt schon auf die Nuss? Ich hab halt auch ein paar Jams Ich will ja nicht zu weit rausgehen Jetzt haben wir wieder Schaden da Ist das so ein Tipp des Tages, Ronny? Darfst du gerne anheften Dankeschön Die Hotz-Weisheiten im Chat Pass mal auf, ich glaub, da kommt noch alles andere Okay, sugarcate up the lane The lane Jim lane Auf die Weisheit Jim lane Wenn du stunst, war nicht hinterher Ach, doch nicht, Timbalett Und es fehlt auch Ah, okay Alter Könnt ihr irgendwie meine Coins einnehmen? Dankeschön Mit Coins Diamantos Glaub ich, das zeigt Ah, hier, guck mal Was zu beweisen war Ich tue alles für euch Schaut euch das mal an Aufopfernd Wollen wir Camps machen oder so ein Kram? Ich weiß nicht, irgendwie Hab ich das Gefühl, wir machen nichts Oh, kriegt das in die Coins grad so rein Oh, pass auf Sagara Also ich, ich versuch eben Dual Lanes zu machen Das klappt auch relativ gut Aber Aber was wir machen, klappt nicht so gut Nee, wir machen Nee, nee, das wollte ich damit nicht sagen Nein, nein, das war nur Das hab ich gesagt Irgendwie macht Chugal uns ganz schön fertig Ja, Chugal ist eklig Auf einer kleinen Map, wo du den Vorteil Dass du einer mehr bist nicht nutzen kannst Sehr schön Gern geschehen Gern geschehen Alter Ich pay auch mal Nice Kannst du raus? Oh, schade Da geht der fast rein Ja, aber er hat den Kegel geholt Das war richtig nice Das ist alles grad so wertvoll Alles, was wir kriegen können Oh, 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 oh Oh, no, yes Kannst du raus? Das ist der Mana mehr, ey Das Nee, nur mal Auto attack Ich hab keine Hoffnung mehr Nein, Quatsch Ich überlege grad echt, ob ich den Heel mitnehme, ne? Ja Oh Mann, ja Ich mach's Ihr seid mir so Ups Ihr seid so squishy Ich hab richtig Angst um euch Ich hab richtig Angst um euch Wenn ich jetzt einmal jemanden retten kann Und ich werd immer versuchen auf die White Man zu hüpfen Das ist Heidi zu viel Aber nicht unterm Tower Da bin ich jetzt nicht so aggressiv Das ist ne gute Idee Ach, das ist eigentlich mein Zinkmanager-Move Unterm Tower? Ja, du kannst das ja machen Tower Diver Tower Diver Mein neues Lieblingshobby Ja, das ist, sagen wir mal an Nissan Es ist immer Spaß So bin wir raus ins Wald Gute Nacht Man sollte Dannis Geräusche mal Geräusche? Mal zusammen schneiden So ein Soundboard machen, oder? Drei Stunden, Danni, uah Die zehn Stunden Ja, oder so ein Soundboard, wie bei TV-Total, wo du dann Ja, genau Die Nippel drücken kannst Also Hier wirst du bescheid Was ich damit meine White Man, White Man Oh, nice, 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 nice Die ist gut weiter Und den Sie müssen mit dem Nippel Durch die Lasche ziehen Genau Ich komme nicht hinterher Oh, Doppelkill, aber Du machst dann leider auch ein bisschen zu weit weg Ich weiß nicht immer, warum Okay, gut Ja, das war klar, aber Gut, können wir easy defen oben, wie schaut's oben aus? Ja, geht Und wenn's nicht geht, dann fahren wir's So, wir könnten oben Wir brauchen aber auch schlagen, ne? Könnt ihr Mitte bitte gehen? Ja, wir gehen mit Das ist doch ganz so viele Diamantos Ja, ja, ich mach die ganze Zeit Double Soak Also Split Push Profis ist nennen Beides verstanden Das ist besser, Profi Ai, ai, ai Wird das was? Ja, ja, es wird was Die hat zu viel Nice Zu viel Land Oh, unten, unten Zu viel Hand Ja, ist doch wirklich In der Huse, oder was? Muss zu lang rennen Ah, komm Nix da Nick, Nick Hm Kelter, grüß dich Hi Moin Schön, dass du reinschauenst Ähm, ja, Discord Link Und am Kanal geht leider nicht Tut mir leid Aber der sollte funktionieren Schön, dass dann Hm Mehr geht aber nicht Okay, vielleicht sollten wir hier raus Oh, ich hab das Ja, also raus aus der Rainer Ja, aus Rainer Old auf jeden Fall Aber Jogal ist ziemlich low Vielleicht kann ich nochmal licken Ich bin am Rainer dran Ja, ja, du bist aber gerade alleine Ja, Chu Und der Tower schießt halt auch noch Oh, Timor, da hast du uns gerade alle ein bisschen reingebaitet Sorry Und gleich nochmal reinbaiten Okay, jetzt aber richtig, oder? Ja, jetzt aber Komm, hier Ciao Oh Mitte ist Tagara Rechts Mittig Mitte, rechts, mittig Mittig Beschreib' mal nochmal ein bisschen genauer Ah, hier bei mir Oh Oh Mittig in der Mitte Richtig mittig in der Mitte Oh, die frisst mich Ich wusste ja genau, wo sie ist Oh, die Indigo Oh, guck mal Oh, wo ist die Gämmchen? Oh, Mann Der, der, der war tot Der hat null Hopp Die sah fast tot aus Das tut mir sehr leid Kälter, wie geht's dir? Bist du eigentlich noch regelmäßig am Hotz zocken? Oder war das eher noch? Jetsa! Salaam! Die wollen das Camp unten Glaube ich So Dann mach ich das jetzt so wie du Und grab mich durch den Busch Nice Das probiere ich auch mal Ja, wir brauchen noch ein Ding Muss ich da andere angraben? Oder wie funktioniert das? Also Jimmy, Jimmy ist bei mir Aber wenn jemand kommt, dann Leck ich ihn Ja, ja, ja Ah, lecker Komm, komm, komm Da, Jimmy Ja, mmh Oh, will der wohl durch? Kommt er nicht durch? Ihr Fieslinge Kommst du nicht raus Da hinten ist die Whiteman Auf die hab ich Bock Ja, ja Ich auch Die leck ich jetzt ab Die ist auch grad so ein bisschen allein Also Jetzt nicht mehr Sie stand so Okay Langsam Das Gebäude ist fast raus Mhm, das ist gut Können wir das vielleicht noch rausnehmen? Das nehme ich jetzt raus Dankeschön Ach, come on Du nimmst es gar nicht raus Du drückst auf die Whiteman Ja, tu Oh Ich dachte doch Auf den Sprung stirbt es schon Oh, da wird geleckt Leute, Leute Zack Haben wir Sehr gut Bitte dreht euch mal kurz um Okay Nein Oh, da warst du es drin Oh, Gott Ich versuche, ich versuche mit dir noch ein bisschen zu drücken Das ist gut Drei Grabbing ist einmal auch noch auf dem Bruch jetzt Der nächste neue Tooltick Leute, wartet mal Ja Oh, die hat nicht gereicht Wie gemein Wie gemein Oh, Entschuldigung Jetzt habe ich aber Ich bin out of oom Out of ois Out of ois Na, Leben habe ich noch Out of order Sagada holt es raus Aber der 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 Jugal, der hat doch so Bock Oder Oh, come on Nein Oh Oh What the Der freut sich gerade Hat gerade Die beste Zeit seines Lebens Mhm Ich gehe dann mal I'm out of my life Ganz genau die Kommst du unten raus? Ja, okay Ich würde mir gerne Mana holen Shade Ich spring jetzt dahin Versuche jetzt dahin Vom Busch aus Anzukrabbeln Habe ich das gut übersetzt? Ja Woraus Ich grabe mich da Alles gut Alles gut Okay Ähm Ich zeige mal Körper Oh, das sind ein paar Und jetzt meinte Ja, die wollten mich Ganken, aber Ich Habe noch genug Ist jetzt Krabbeln Nee Weißt du, was ich meine Jemanden ankrabbeln Das ist das richtige Wort Angrabbeln Ne, stimmt schon Doch, ne? Also für Also du meinst jetzt Also was meinst du denn Oh Oh Wovon reden Wir überhaupt Sollten wir jetzt schon klären Timor, Timor Nein, nein, nein Ich hab doch Hallo Ich drück R Dann sterbe ich nicht Viele Coins Ja, sorry Ich dachte, da halte ich länger durch Aber War nicht Äh Mit und Bot Push bei uns ganz gut Ja Wir können sie eigentlich Einfach ein bisschen ablenken Ablenken Ja, das Gebäude fällt Leider Uh 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 Freude S Oh Für die Klinge Für die Klinge Wieso Los Ey, ich hasse das Ding, Boydmein Mitte fällt Wenn es so weiter geht Fällt Bot vielleicht auch noch Also lenkt sie ruhig noch ab Das ist einfach krass gut Das ist zu beleid Uh Uh Obacht Oh Ich weiß nicht, was du meinst Kam da kein Hinweis Drei landing your skill shots Out of pushes Ich geh mal kurz zurück Ich geh mal kurz zurück Greif no Em, da war der Hauk Ja, da ist er White Man Dann Mütterle, das gefällt mir Ich bin hinter dir Hallo, hallo Schön, dass sie reinschauen Herr Bogenpirat Ja, Bogenpirat Oh, come on Ah, no Ah, C.A.M Ja, bin ich voll Kannst du raushitzen? Nein, kann ich nicht War das mit Tykesh nicht prozentual? Das ist, äh, ja Ha 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 Danni macht Sachen Ich mach Standard Danni Sachen Nur Sachen machen Sachen Haben wir Ah, das letzte haben wir grad verloren, ne? Hm Aber davor haben wir nur gewonnen Das eine Ja Das eine haben wir nur gewonnen Ne, zwei Zwei war es Wir haben zwei gewonnen Das eine gewonnen Das eine gewonnen Ja Nein, ihr wollt nicht Zagara töten Die ist allein oben? Doch, doch, Zagara Komm, mach die, mach die Zack, Zagara Zack, 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 Zack Das ist in Bayern fast schon Kompliment Es ist jetzt nach 10 Ach, da darf man dann größere Die Beleidigungen wachsen mit der Uhrzeit Ja, genau So, unten So wie die Fotzen halten Ja, genau Genau, ja Oder der Fotzen Spangler Ist das jemand mit der Zahnspange? Das ist ein Kiefer-Autopäde Hm Der Spangelt dir da ihr Fotzen Nein Warte mal, warte, warte Kimo, bleib mal da, dass du mein Heel kriegst Ja, okay Ich geh, ich komm ja schon Ah, da die Whiteman wurde gestunt von mir Ja, ja, die kriegen wir, die kriegen wir, die kriegen wir Ja Ich leck die Ah Ich spring die Ah So Alles gesilenced Ja, und der, den machen wir jetzt hin, komm Ja Mwah Mwah Schön Klein und langsam Oh Oh Hau zu dem zusammen, den Purschen, jawoll Dankeschön Werft den Purschen zu Boden Ähm Ich versuch mal durch Den Purschen zu Boden Ja Schwanzus Au Longus Und die Zeit habt ihr nicht, ne Ja Warte, warte, was hast du gesagt, was sollen wir machen, ne Bot, bot, bot Purschen, ja, okay Brian, hör Brian Nein, Brian Au Da ist ein Club Romanes, Io und Thomas Wolltest du gar nicht mit dir was? Wolltest du gar nicht mit dir was? Naja Was wollte ich? Ob du nicht mit wolltest? Achso, äh, ich hab hier Dinge gemacht Mhm Also ich hab das Camp unten gemacht Das passt ja Wunderbar Ich würde gerne meine mal einbezahlen Jo Äh, die kommen Ich hoffe, dass die nicht so teuer zu stehen kommen Nee, die sind grad, äh Zumindest drei von den Mitteln Nicht, nicht so teuer zu stehen Eigentlich ist sitzen immer teurer Jo Jo IRL Jo Jo Ich geh nach oben Ich geh nach oben Ich geh nach oben Was machen Sachen? Irgendwas möchte er daschen? Ich weiß jetzt nicht genau, was du von mir wolltest Was könnte er von mir wollen? Heilung in Caps Verdammte Axt Was könnte er von mir wollen? Oh, die Zagara vielleicht Oh, die Zagara vielleicht? Mal überlegen Was kann ich Ja Was sonst niemand geben kann Hm, wirst du? Ja, true Okay Da wollte ich gar nicht langlaufen Oh nein, ich wollte da nicht langlaufen Oh oh, oh oh Sorry Da bin ich schlecht gelaufen War eben im Eis eventuell ein kleiner Schuss Alkohol? Ich fragte einen Freund Bei Julian? Ich hatte kein Eis Aber auch kein Alkohol Hm Oh man Hab ich's grad versaut Ja, nee Das war Aber auch Für mich auch nicht gut auf jeden Fall Wir hatten keine Schmingen Julian Ich bin zufällig auch klein und langsam Also pick mal wieder Genji Und dann pickst du schon geile, ey Ich sehe keine Ming im Line-Up Ja, aber das Gegner-Team hat auch keine Ming Das müsste doch da eigentlich funktionieren, oder? Hallo Absolut Hallo Hallo Habe ich White May nehmen? Aber nein Ach Wie viele seid ihr? Zu fünft Zu fünft? Ach Da sind zwei zu viel Hä, wieso? Für was? Das ist doch schwer, ich habe euch beigetreten Ja Okay Wir dürfen nicht mehr, oder? Mhm Ja, ich habe grad nichts Da dürft nix mehr Tschüssi Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend Jo, dir auch? Ja, mir hat's dir ebenso Ebenso, dankeschön Wie lange machst du heute noch, Dani? Hatte ich nicht eben sogar das letzte gecalled? Ich weiß grad gar nicht mehr Ja, so machen wir noch zwei Eilen Eilen Oh man Ach, der Rennfall, das tut mir leid Da war ich wohl ein bisschen AFK Also, Chugal ist voll OP, das haben wir doch gerade gesehen Mhm Es ist oft so, wenn die Gegner den spielen Ja Also, mir geht das zumindest so, dass Ähm, ja Dani auf Abatur, boah, das wär auch was So ist der da geht, ne? Hm? Ey, also Cho ist glaub ich der da, der geht, oder? Jo, jo Ich weiß es nicht mal Ja, ja, Cho ist die, ist der, ähm, Geher Was wär besonders? Dani auf Abatur Ich weiß noch, ich hab den mal, ich hab den mal gespielt und bin einfach irgendwie durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, ich kann meine Minen überall hinsetzen, ne? Aber das geht gar nicht Ich hab sie irgendwo hingeklickt und ist halt da hingelaufen, um das zu machen Du hast halt ne Range für die Minen, ja? Ja, genau, ich wusste das nicht Aber ich hab mich immer mitten auf der Lane irgendwo rumgelaufen Hm, 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 hm Die Markade gefällt mir Oh, Mann Digga, was? Hör aufzureden Hör mich tanzt Hör mich, wie süß Hör mich, tanz dich an Ja, ich merke schon, das ist irgendwie So unangenehm, forever Wird es warm und feucht hinter mir, du Mö,�, komm wie bitte nicht zu nah Jetzt packe ich mein Pferd auf die Sch informative war ich gerade auf dem anderen bildschirm ich habe es kaputt gemacht moment moment ich bin gleich da er wusste ich habe ich sage ok ich gehe mal raus aus dem zielfeld verstehe ich nicht alter der name markade markade ja auch schon kommentiert ist das cool ich bin halt ihr ich sag mal kurz unten das ist ein minen aber benutzt mal deine masche da ja ja habe ich habe ich schon ok öfter also ich kann mich ja ich kann mich ja zweimal erinnern da habe ich gefeated entschuldigt bitte ich wurde gegangt und so what genau nick hat die erfahrung mit mir geteilt nicht so schön die haben zu viel hammer er ist reingesprungen oder also kein escape ja ok 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 i trein da bei trein da bei Oh, oh. Oh, passt mal auf, ich hab grad nichts. Oh, ich hab den Stunner bekommen. Nice. Oh, ich bin out of ice. Die haben ein bisschen eine Zugriffskombination. Ich geh mal oben zu unserem. Oh, nee. Oh, Papa. Danke. Bitteschön. Joa. Joa, nö. So viel dort nix. Wir dürfen da nicht so lang laufen. Und lauf nicht von mir weg. Was soll das? Was machen Sachen? Was? So jung ist der Julian? So, okay, mir geht's nicht ganz so gut. Gebt da jemand runter? Ja. Nun da. Nun da. Nun da. Nun da. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Was machen die? Stehen die schon beim Boss irgendwo im Gebüsch? Wann kommt der eigentlich? Gut, unten ist einer. Oh, die stehen da? Ja, okay, okay. Oh, oh. Das war vielleicht eine schlechte Idee. Nee. Ah. Uh, uh. Nein. Das war Bodyblock. Das hätte keinen Unterschied gemacht, aber ich kann nicht an dir vorbei. In einem massiven Körper einfach. Und es war einfach eine dumme Idee. Du wärst so gut weggekommen. Oh, oh, oh. Oh,, oh. Und ich救 mich, es br בת. Oh, oh, oh. Verscheucht er mich einfach vom Camp? Oh. Oh. Ich glaub, wir spielen öfter zusammen. Ich hab da so ein... Da so ein Gefühl. Wollen wir mal schauen. Nee, der, der macht's nicht. Okay. Oh. Oh. ich möchte ein bisschen ja das kann zu spät ich dachte wir sind da irgendwie drin also wir gehen da rein also unsere frontline sagt gerne einfach bescheid und dann traue ich mich nicht mein einziges game was ich hatte zehn jahre her so als alles für den konten hoffen machen dass ihren coolen stream hat so alles für den dankeschön ich probiere es aber es reicht nicht das ist reicht einfach nicht es tut so weh da ist der match vom host 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 kick weh das ist einfach die magie der gegner als absoluter ich blick mich daran dass ich richtig scheiße mit show bin aber nach quatsch das wird nichts damit denken wieso ist aber tour monster ich muss hoch ja die mutante auf der top lane genau wie damals mit der anna mutante ja ja das war gerade während der corona zeit hatte die annahm du das andere oder er genau dann hat er einmal gesagt er schießt uns das gute anna scenica rein und dann hatten die gegner arbeit zu haben so da war eben aber monstrosity auf der mit lane oder auf der top lane und haben so obacht die mutante auf der top lane ja das war schon witzig so monster ist hin oben nice nein ist ja oh pass mal auf du bist oben bist du von uns abgetrennt ja es traut sich auch keiner rein na ja gut wenn ich sterb stirbt der schade auch habe ich immer ein schlechtes gewissen hallo schade ja ich hatte den recht low und habe dann das dingo gepickt und konnte aber nicht mehr erdrücken da hat es eine halbe sekunde kliegen ja ja du 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 ja wir sind bestimmt so late game helden war ja absolut 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 ja Da ist glaube ich nur einer, deswegen hätte ich ganz gerne mal LukiLuki gemacht. Jetzt ist nicht mehr nur einer. Ich finde auch alle Minen her. Echt? Die Monstro grabt sich, die Monstro grabt sich weg. Okay, okay, es sind nicht mehr alle, äh nicht mehr. Nur, oh oh. Nice, nice, nice. Nein. Schade. Wir hätten ohne Shot gar nicht gehen sollen. Ja, sorry, ich wollte die Monstro oben daffen. Hast du gekriegt? Nee, der hat sich weggegraben. Oh fuck. Fuck, shit I'm out. Vielleicht unten auch so ein bisschen Deffen und dann top. Hm. Pass mal auf, die haben das Camp gemacht. Ja. Oh, er kriegt immerhin jetzt auch ganz gut Schaden. Na, er ist nicht gestorben, ich weine. Auch ein bisschen. Ja, wir haben das Gebäude bekommen. So, wir sind zu spät. Gebäude gleich zurückholen, oder? Ja, das ist dumm. Weil die Türme haben sie. Hat so lange gedauert, ja. Oder Mitte Deffen. Mann. Machen wir. Weiß nicht mal, was meine Ulti macht. Scheiße. Ah, ich bin so bad. Oh, ich hab grad nichts. Was? Nein. Ach, ich war zu oben. Cara, hast du mal da oben noch eingenommen? It's your heart rate. Didi, 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 didi. Hä, hab ich grad. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Ähm. Können wir den töten? Nicht wegschubsen. Ach, das macht meine Ulti wegschubsen, stimmt. Also. Nehmen wir was zurück, oder geben wir auf? Äh, ich würde unten, ähm, das Gebäude holen. Mhm. Also, Shade ist wirklich der Held dieses Spiels. Dass er sich das antut mit mir. Respekt. Mhm. Ich freu mich. Schön, dass wir alle Spaß haben. Ich find's auch cool. Hm. Bitte mehr davon. Auf jeden Fall. Ich kann gerne, also, wenn ihr wollt, können Shade und ich gerne Chugall mainen. Ja, bestimmt. Jetzt, wo er weiß, was die Ulti macht. Vielen Dank für diese Experience. Eigentlich kann es noch besser werden. Wir brauchen alle drei, ne? Ja, schaff' mal. Das schaffen wir mal. Easy. Ähm, du nimmst den Linken von denen? Ich geh oben links, genau. Ich geh oben links, äh, du gehst oben links, ich geh oben rechts. Alter, da ist ja einer. Hallo. Warum läuft das nicht einer zu mir? Hä? Oh, derweil. Nee, der läuft so unten links, ich komm schon da. Abatour, Abatour holen. Ich kill jetzt den Abatour. Ah, nein, das sind Minen! Nein! Oh, komm, ey. GG. Also, ich weiß nicht, wie's euch ging, ich hab Spaß gehabt. Ja, mhm. Ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß für mich. Also, falls Shade zuhört, ähm, wirklich, war toll. Also, gerne wieder. Das war schon geil, oder? Das war schon geil, oder? Und wir müssen jetzt auch, glaub ich, das Spiel nicht irgendwie analysieren, ob jetzt einer schuld war an einem Boss oder so. Das ist, glaub ich, ich mein, wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Das war schon geil, oder? Das sag ich ja. Ja. Mhm. Ich glaub immer, es kommt ein bisschen drauf an, was er erwartet. Ich glaub, er hat einfach nichts erwartet eben, oder? Ich hoffe es. Aber er wurde jetzt was zum Enttäuscht. Ja, genau. Trotz keiner Erwartungshaltung, einfach in den Boden enttäuscht. Ja. In den Boden enttäuscht, das sagt man so nicht, glaub ich. Also, wir wissen, was du meinst. Doch, ich glaub, es gibt Ecken in Deutschland, wo man das sagt. In den Boden enttäuscht? Ja. Ja, es gibt auch Ecken in Deutschland, da sagt man Schraubendreher. Ach, in den Boden schämt. Nee, wie... Was, Schraubendreher? Schraubendreher? Statt Schraubenzieher. Ja, sag mal sowas. Ja, irgendwo gibt's den Schraubendreher-Äquator in Deutschland. Den Schraubendreher-Äquator? Ich muss grad wirklich überlegen. Ja, ist so. Ab da sagt man dann Schraubendreher. Hab ich noch nie gehört. Ja, eben. Weil du bist ja... Das war genauso wie Zollstock. Du wohnst ja im Schraubenzieherland. Oh, warte, warte, warte. Moment. Also, Zollstock kenn ich. Ja, das heißt Meter-Stab. Nein. Was ist denn mit einem Meter-Stab? Nein! Meter... Meter-Maß? Nee, wie heißt das? Ja, aber... Also, Zollstock... Also, wir sagen meistens, der war zu Meter. Ja, genau. Hast du bei einem Meter? Ich kenn nur Zollstock. Einen Meter holen. Ja, ich glaub... Das kann man auch. Zollstock? Kann das sein? Getränkehalter, oder? Nee, ich glaub, Zollstock sagt man fast überall. Außer in Bayern. Schraubendreher und Gliedermaßstab? Also, Schraubendreher hab ich noch nie gehört, bin ich ehrlich. Weil er eigentlich auch Schraubendreher heißt, echt jetzt? Also, ich kenn den Schraubenzieher. Ja. Objektiv einzig richtige Worte dafür. Heilung gut, alles gut. Haben wir einen ETC? Ach nee, schade, das Gegnerteam. Ich mag ETC sehr gerne. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach so ein... Charisma-Bolzen. Ja. Das ist auch ein Rockstar. Zeit für ein Faustform. Für ein Faustbrot meinst du, oder? Ja, Faustbrot zeig ich doch, oder? Und wenn du Schrauben reindrehst, wie ziehst du die dann? Das sind alles Fragen, die wir wirklich mal erörtern sollten. Timor? Ja. Ähm, nicht sterben. Ich bin nicht so weit vor. Ja. Ja, das war hier. Ich hab den CC-Train von denen mal ausprobiert. Der ist sehr schmerzhaft. Ach so. Den ETC-Train? Das ist eine wilde Fahrt, oder? Ja, das ist echt. ETC-Train. Hm, ETC-Train. Die sind aber ziemlich low, und die haben entschieden, dass der Reger ihre Solo-Lane macht. Ach so. Gul'dan macht auch lächerlich viel Schaden, hey. Das ist echt krass. Leckmanns Zückerli. Was? Zückerli. Leckmanns Crowd. Leckmanns Crowd. Ich hab's nicht verstanden. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Ja. Leckmanns Crowd. Das ist, wenn man... Wie würde man das jetzt beschreiben, Marshala, wenn man über irgendwas arg überrascht ist? Ja, ja. Ja, arg überrascht, glaub ich. Das ist ganz gut. Ja. Das Zückerli lecken? Ja. Oder das Crowd. Ja, genau. Je nach. Ach, das Graut. Ja. Genau. Aua. Aua. Ich glaub, die ETC mag dich. Ja, ja, ich merk's. Was will denn der? Was will denn der? Ja. Dich tot sehen. Ja, ich merk's schon. Der weiß auch, dass ich nicht so viel Heal hab. Oh. Oh. Ich glaub, mich mag der auch nicht so gerne. Ich komm mal wieder runter. Nein, ich komm da nicht runter. Sorry, ich versuchts. I've tried. So hard. And got so far. What in the end? It doesn't even matter. Meta. Meta. Da sind wir wieder beim Zollstart. Beim Meta. Ja. Genau, aber also, ja, Meta. Wo ist immer den Meta? Ne, Zollstock heißt es, glaub ich. Zollstock? Also heißt es net, aber... Jetzt komm ein Schmann, ey. Ja. Das ist gleich ein Sam von Bami schmieren. Ja, genau. Mit den Schuh aufgeblossen. Da wo Markierungen drauf waren. Gibt's heute noch beim Tabletop. Wow. Gehen wir hin? OBJ? Ja. Ja, schon, oder? Gehen wir mal zum Moped. Schirmes Moped. Die Vespa. Dann wird der ETC grad hier. Aber Vespa ist bei uns was zu essen. Ja. Ja, ja. Das Sauber ist meine Vespa. Genau. Fespa Box. Brotzeit quasi. Oh, sauber klickt. Oh. Klickt. Walla, Walla, Walla. 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 Walla, Habibi. Walla, Schwör. Oh Gott. Du bist zu viel in der Schule. Ja. Das fährt ab. Ich brauch mal wieder Ferien. Das ist wieder ein bisschen Hirnhygiene. Hirnhygiene? Also einfach Bier trinken, oder was? Ja, das hilft auch. Aua. Ich hab Food on. Das ist schade. Als ob du in der Schule kein Bier trinkst, Sam. Na. Das verscheißt du mal einen Südkoreaner. Ja, der glaubt das eh nicht. Oh. Jawoll, nice. Boah, die... Also, der züngelt schon sauer. Sauergschleck. Hm. Der macht doch bestimmt Wehbild, so wie der spielt. Ja, ja, ja. Ich hab einen Heiler am Arsch. Hallo? Hallo? Bitte? Bitte? Oh, oh. Oh, oh. Oh Mann. Sorry, das hab ich nicht gesehen. Ja, ich weiß. Das hat irgendwie keiner gesehen. Oh. Mann, ey. Toll, Hem. Warum gehst du nicht hin, Hem? Ich hatte 0 HP. Ja, genau. Hirnhygiene ist gut, oder? Gefällt mir. Mhm. Das brauchste. Alle paar Wochen in die Ferien. Ja, spring halt rein. Hat sie gemacht, hat sie gemacht. Hat sie gemacht. War uns brav. Nick, Nick. Wir braunen weiter. Mann, ey. Na Mann, nein. Zum Heiler laufen. Wo ist der Heiler? Au. Na. Ja, es bringt ja nix. Ach halt, ich hab mein R noch vom vorherigen Spiel. Ja, eben. Obacht oben des Mappels. Wir wollen uns heute so das sauer aufkramt in der Rüsterei. Ja. Der Tom Morrissey. Ich glaub, ihr Rüsterei. Ich glaub, ihr Rüsterei. Ich glaub, wir haben irgendwie ein Kommunikationsspiel. Ist auch schön, ja? So, ich komm wieder. Ist auch schön. Ist einfach. Ist jetzt grad ein... Ja, nice, nice, nice. Er will wegfliegen. Nice. Wir spielen jetzt grad Arath. All random, all top. Ja. Ja, wer braucht schon die Maps spielen. Ja. Hauptsache Spaß haben. Genau. So wie vorhin. Mit Jogal. Das war... Oh, ich werd gestunken. Oh. Walla ist relativ long. Walla? Walla Walla. Walla Walla. Walla Walla. Okay. Oh oh. Wer denn? Walla Walla. Warum geht dann kaputt? Warum geht alles kaputt? Ich hab auch noch lau. Die sind so low. Die sind so low. Die müssen sterben. ja ich weiß auch nicht genau was was passiert was rechtsklick ja mache doch die kann ja nix anders aber wie du sie ja hallo hallo ich hab hallo 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 stimme aber ich sehe niemanden einmal fast da bitte also die frontline also weißt du ja schon schon lass mich nicht alleine sein einfach ich will die leine ich nehme wie lange geht der team ja genau die antwort ist ja gut alles so weh so viel hassem ja die baller könnt ihr rein ja wir können immer rein aber den gefährten kreis ja ich habe fast dingo ich hatte gerade panik wo muss was ja es gibt ja keiner mit ich weiß nicht ach so ihr habt denn die tc ist uns hat den goomba stomp gemacht jawohl der horst der sa der zuzelt du geh nicht so weit weg sonst kriegst du kein hilf von mir ich war eh tot ich wollte noch ein kill mitnehmen grummel support nicht zufrieden jetzt haben mir jetzt haben wir die minions den kill gestealt der leckmans zykerli ach das zykerli kann man auch noch ja ok ok ja das anders benutzen ja halt ja komm jetzt universell einsetzbar ja genau das ist ja ja mal zum wächter camp warum das mal schauen was da so los ist spielst du die map oder was mal jetzt nämlich ja aber irgendwie sollte das nicht tanken glaube ich ich wusste dass du das erstmal verwecken aus dem leben gesaugt da kommt jemand ich habe den schneeball richtig verkackt aber du hast probiert ja ich schreibe ich schreibe so hart und gott so farren er unten defen oder oben pushen oben pushen ok wir haben ja gerade den typen dabei ja 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 ich habe meine eule angeschaut nein man muss man man macht haben was ich der will nein leute 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 ok einen haben wir noch der will was tun der will was tun oh 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 nice stun und jetzt renn ja wie unser letzter lebende team schade leben ich glaube ich glaube wir sollten irgendwie kills machen und dann gehen ach so oder so ach so ich habe das gefühl ich habe das gefühl er bleibt zu lange und die haben übrigens noch einen support wie langsam jetzt war eigentlich schon verheiratet so ich stehe jetzt da und tanze ja me too ich glaube er meint euch mit mich und den ham oder das? bitte was? also wir sind aber wer ist ham? das bin ich der timor der timor nice 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 und zwar ein knetzt ein knetzt ooooh salem lecker lecker mhm 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 das blastert uns nein wir haben den Ketten machen ja ja ok ok Ich schieb die Karre dabei, wenn ich keinen Schaden habe am Camp. Ich bin nur da, um auf dich aufzupassen, Nick. Dann die Motaktik. Ich hab bestimmt grad gekrummelt, oder? Oh, die Walla hat doch Bock, oder? Was? Die Walla hat Druck? Ja, die hat jetzt andere Sorgen. Die Walla hat Druck. Au! Ja, nur mit extra viel Druck. Aua. So weh alles. Es tut wirklich alles weh. Ich weiß nicht, ich hab immer Angst. Ich bin auch so alt, Leute. Das Support kriegt schon wieder Pulse. Oh! Ah! What? Dankeschön. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Dankeschön. Absolut, I tried so hard. Hast du eigentlich vier mitgenommen, Nick? Mhm. Ah, du hast Cooldown, oder? Ja, jetzt hab ich ihn wieder. Nein! Na gut, ich stand da natürlich auch sehr, sehr fragwürdig. Im Gebüsch drin. Ich dachte, mich sieht keiner. Aua! Nein! Boah! Wie gut ich er gedrückt hab. Ja, sorry, sorry, Ham. Ich hab auch geultet, um dich zu retten. Wär ein bisschen... No! Was ne Dummsau. Aber Ham wie Speck, oder was? Nee, Ham von Hammer. Ach so. Walla hat Bock, die ist aber low, also wenn ihr wollt. Ist doch genau richtig, oder? Die beste Walla Kombination. Ja, so mag ich meine Walla. Walla. Genau. Love dem Silbertablett. Hm. Oh oh. Dann kommt er wieder. Hab mich gesprayt, das wollte ich gar nicht. Ich hab noch nicht so schlechte Manieren. Oh, der Fallstart! Ja, fuck der Rega! Leute, Leute! Jaja, das ist... Jaja, ihr müsst mir ein bisschen mehr helfen. On my way. Ich will auch Spaß haben. Schau einfach nur, dass du rauskommst. Mhm. Ich geh jetzt drauf, aber... Ich liebe der Tank als der Heel. Dankeschön. Der Uta ist fast tot. Wo ist der Kenji, wenn man ihn braucht? Das ist ein guter, gucke mal! Oh, allknetzt! Zauber, allknetzt! Nice! Zauber, allknetzt! Komm, und das Chicken... Chicken Attack! Oh, die Walla! Boah, die ist super low! Ja, hab ihn nicht! Das ist die bessere Ulti! Ja, ist er auch, aber... Sag's doch immer wieder! Oh no! Oh nee! Och mon nee! Ich hasse es! Ist das gut? Der ist zum Schweigen gebracht worden, ne? Oh Gott! Okay, ich def unten den Samurai. Hä? Ich hab ihn doch getroffen, würde ich behaupten. Okay, bye bye. Boah, die Walla ist schon wieder so low. Ich bin da, ich bin da! Komm her, komm her! Dann def ich halt nicht den Samurai. Oh oh! Oh oh! Das war ne Zoning, äh... Hast du jemanden getroffen? Achso, okay. Jaja, die war zum Zonen. Das war absolut so gewollt. Ich hab nix! Ich hab nix! Ich hab nix! Ich geh da weg, geh da weg! Ja, du musst weg! Du musst weg! Weiter! Hoihoi! War auch gar nicht knapp! Uiuiuiuiuiuiui! Mach mal hier was, oder? Ah, ja. Ich... Wo? Ach da! Lass mich daffen, Herm! Lass mich daffen! Oh! Da kam jetzt die Walla vorbei. Na, ich hab nur noch das Camp dann gesehen, weil lass mal hier was machen. Ne, brrbrrbrr. Ne, man guckt auch die Map-Tichter hin und man guckt nicht, wo man ist. Ja, zumindest auch nicht so weit im eigenen Gebiet, da hab ich mich jetzt echt sicher gefühlt. Ja, das ist gut. Ja, die ist auch ganz schön dreist unterwegs, ey. Die ist echt ein bisschen... also die macht schon Schaden, aber die stirbt auch viel. Also ist sehr... Da, schau. Ah, wenn wir jetzt Schaden dabei... Weg, weg, weg! Wir hatten ja Schaden dabei gehabt, wer sind tot. Schade. Da liegt noch das Ding. Ich müsste mir eigentlich auch Marder holen. Gutes Ding, gut geheilt. Boah, ich weiß grad gar nicht mehr, was du meinst. Das kommt mir so vor, als würde nichts Sinnvolles passieren. Wartet noch... Wenn ich das spiele. Zehn Sekunden. Die Haka ist noch nicht dabei, passt auf. Ja, ja. Zehn Sekunden warten und... Drück den F. Ich stelle den... ja, genau. Ja, ja. Dann, äh... Wir haben Level 20 Vorteil. Wir können den Kampf nehmen. Oh, die Waller... Oh, nice, nice, nice. Sauber Schneeball, das gibt's dann Verweis. Meinst du, da waren Steine drin? Da waren Steine drin. Da hab ich dafür gesorgt, dass da Steine drin waren. Echt? Hast du ja extra vorher ne Nike knutzt? Äh, extra ne Nike Steine. Oh... Gucke mal. Chicken Attack. Chicken Attack. Äaa. Warte, was war denn hier eben noch? Ich hab noch was gesehen. die guten ergegne steine ich fahr das auto ich weiß nicht die sind oben die die dürfen gerade oben ja bestimmt ich habe nur angst vor fast ich bin für mein vorsichtiges play bekannt das bist du so hätte ich es nicht beschrieben aber ist okay selbstvernehmung ist auch nicht meine selbstvernehmung ist meine zweite große stärke nach vorsichtigem play na klar ist genauso wie meine ex hat immer gesagt ich habe zwei schwachstellen ich höre nicht zu und irgendwas anderes können wir das einfach kurz rausnehmen ja das ist das volk ist weg also mit der wala kaputt weiß ich denke die waller ist kaputt die waller ist kaputt jetzt computer ist ein guter rückzug oder ich habe gerade nichts wo passt auf ich werde gegastet ich klicke einfach alles recht ein interessantes letztes spiel das war das war sehr gut guldani ist einfach perfekt das war 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 das Vielen Dank.